hi leute und herzlich willkommen ich hoffe es geht euch gut und es gibt mal wieder eine spc dies zu lösen gilt heute haben wir die nächste futbide token spc futz 17 heute und dort bekommen wir natürlich den token und ein 25k pack insgesamt bezahlen wir dafür circa 10 bis 12.000 coins vielleicht zahlt ihr sogar ein bisschen weniger vielleicht ein bisschen mehr das kommt natürlich immer ganz darauf an wie zeitig ihr diese spc abschließt solltet ihr sie direkt nach release abschließen dann ja kann es natürlich sein dass ihr bis zu 15.000 coins dafür bezahlen müsst muss aber nicht sein denn manche spieler kann man sich einfach günstig ersten halten wir haben folgende bedingungen vereine mindestens fünf spiel aus derselben liga max 6 spiel aus einem verein max 4 jahr spieler qualität mindestens silber habt ihr deutsche spieler mit der qualität silber könnt ihr die natürlich auch sehr sehr gut verwenden wir brauchen fünf seltene spieler die im chemie 85 und wie es von mir gewohnt zeit gehe ich ja einmal stillschweig durch die spieler durch ihr könnt dann das video an der jeweiligen stelle pausieren und euch die spieler vom transfermarkt erschnipen ich habe dafür 48 stunden oder ich glaube sogar noch ein bisschen länger zeit glaube immer drei tage immer war jetzt gerade nicht so sicher ob das jetzt heute nur zwei tage gültig ist hier steht ganz klar zwei tage okay dann gehen wir mal durch let's go und damit haben wir diese spc gelöst ja ist zum aktuellen zeitpunkt nicht so günstig aber ich möchte euch ja immer ganz ganz schnell da eine lösung bieten von daher habe ich auch gerade auf dem pc da ist grundsätzlich noch mal eine stange teurer habe ich das hier mir ganz schnell eingekauft und damit habt ihr jetzt auch eine lösung mit der ihr was anfangen könnte für 17 abgeschlossen hier bekommen wir das 25k pack und ich würde sagen das machen wir auch dann anschließend jetzt direkt auf so mal schauen was wir bekommen wir haben hier in garantierten 81 plus spieler da schauen wir doch mal rein ob wir vielleicht lück haben und eine gute karte ziehen ich warte immer noch auf meinen ersten full zum video spieler und hier wird auch leider nur tage aber immerhin das sind ja auch so drei oder 4000 coins je nachdem obwohl ich muss sagen je nachdem passt nicht so ganz denn diese karte kann ich abstoßen vielleicht könnte ich sie noch mal zurückholen ja übrigens hier bekommt ihr noch einen weiteren token ihr müsst dafür nur ja nice try von ea auf jeden fall ja 500 points ausgeben oder 100.000 coins ja hier auf diesem account lasse ich lieber sein auf meinem spc account okay da da kann ich mir schon am tag mal so 50 60.000 coins traden durch camp style flipping da geht das schon fit und danach kriegt man auch so ein pack schnell zusammen okay haben wir noch irgendwas nein hier neun minuten so lange wollen wir nicht mehr warten das wird gewesen sein ich hoffe dass ich euch ja damit wieder weiterhelfen konnte und wenn ich das getan habe dann würde ich mich sehr beim daumen nach oben freuen und falls die zukünftige videos nicht verpassen möchtet oder auch mal ein live stream da abonniert mich gerne komplett kostenfrei hier auf youtube und für die live streams dann dementsprechend den follow auf twitch die links dazu findet ihr unten in der video beschreibung in diesem sinne reingehauen wieder schauen